Der Fußweg geht durchs Bachbett. Sobald es hier frostet, ist das schön gefährlich. Das wird alles nah. Und unten ist die kleine Scharte und der Bach. Das ist ein Abraumhügel, ein Gletscherhügel. Die hat den Gletscher in mehreren Etappen abgelegt. Durch den Vorschub, durch das Vorrücken und natürlich durch das Nährgebiet. Da war es kühler. Das ist unglaublich, dass es nur so grün ist. An viele Stellen für den 12. September 2020. Da hat es schon Jahre gegeben, da war alles braun. Wegen Trockenheit.